Hi, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ron Alex Falzstempel aktuell. In Zusammenarbeit mit dem Bundforum möchten wir auf den derzeitig häufig auftretenden Falzstempel Berlin-Wilmersdorf mit dem Kennbuchstaben U hinweisen. Und genau diesen Falzstempel schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Dieser Stempel stammt von einem Klischee, das einem echten Stempelgerät nachgeärmt wurde und zum Schaden der Sammler in zahllosen Fällen missbraucht wurde. Der Stempel findet regelmäßige Verwendung auf verfälschten Belegen und zur Abstempelung diverser Fantasiemarken der Nazizeit. Der Stempel weist eine feststehende Datumszeile auf und trägt daher immer das Datum 9.05.45, 9 bis 10 Uhr. Das folgende Bild zeigt einen echten Stempelabdruck Berlin-Wilmersdorf hier jedoch mit dem Kennbuchstaben A. Ein Kennbuchstabe U wie auf dem Falzstempel liegt derzeit nicht vor. Wie ihr also sehen konntet, selbst bei diesen frostigen Temperaturen machen die Fälscher keine Pause. Aus diesem Grund gilt immer Augen auf beim Markenkauf. Und gerade bei höherpreisigen Briefmarken kauft einfach geprüfte Stücke, um euch selbst zu schützen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, sackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss!